Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Es geht um das Vena-Cava-Kompressionssyndrom. Oder aber auch, warum heißt es eigentlich, dass schwangere Frauen nicht auf dem Rücken schlafen dürfen? Viel Spaß bei der Folge. Vena-Cava-Kompressionssyndrom klingt erstmal relativ komplex. Ist es eigentlich gar nicht, klingt nur sehr schlau. Die Vena-Cava ist nichts anderes als unsere Hohlvene. Die Hohlvene liegt hinten an der Wirbelsäule, neben der großen Bauchschlagader der Aorta. Die haben die ein oder der andere auch schon mal gehört. Und die Hohlvene liegt eben daneben. Und wie es im Erwachsenenkörper oft so ist, haben Venen die Aufgabe, Blut zum Herzen zurück zu transportieren. Es gibt eine obere Hohlvene und eine untere Hohlvene. Die obere Hohlvene hat die Aufgabe, all das Blut von der oberen Extremität runter zum Herzen zu transportieren. Und die untere Hohlvene entsprechend das ganze Blut der unteren Extremität nach oben zu transportieren, zum Herzen zurück. Schlauerweise hat die Natur das so gemacht, dass diese wichtigen, großen Gefäße geschützt sind durch die Wirbelsäule von hinten. Das heißt, wenn ich einen Stoß auf den Rücken bekomme, dann schützt die Wirbelsäule diese wichtigen Gefäße. Und von vorne haben wir sehr viel Muskulatur, sehr viel Gewebe und auch Organe, die die Hohlvene und die Aorta von vorne schützen. Und eines dieser Organe, die da vorliegen, ist die Gebärmutter. Und deswegen sitzen wir jetzt hier und besprechen dieses Vena-Cava-Kompressionssyndrom. Was man vorweg sagen muss, es ist ja oft so, wenn man anfängt zu googeln und man ist irgendwie in der 12. und 13. Schwangerschaftswoche und liest, ich darf nicht auf dem Rücken schlafen. Das verunsichert extrem und vor allen Dingen macht es sehr unruhige Nächte. Denn wir haben in der Nacht einfach die Angewohnheit, auch mal die Seite zu wechseln und auch mal einen Teil auf dem Rücken zu schlafen. Und da haben natürlich viele Angst, oh Gott, wenn ich jetzt auf dem Rücken schlafe, ich merke es nicht, kann ich da mein Kind schädigen oder kann ich mich selbst schädigen? Und das ist gemäß diesem Falle 12. oder 13. Woche zum Beispiel, also frühe Woche, nicht der Fall. Dieses ganze Vena-Cava-Kompressionssyndrom, nicht auf dem Rücken schlafen, gilt vor allen Dingen für Frauen in fortgeschrittenen Schwangerschaftswochen. Man kann so ungefähr rechnen, ab der 32. Schwangerschaftswoche hat die Gebärmutter mit enthaltenem Kind, mit enthaltenem Fruchtwasser, ein solches Gewicht, das es die untere Hohlvene, Achtung, nicht zudrücken kann, sondern eben das Volumen verringern kann. Wir sprechen also immer nur davon, dass weniger Blut zum Herzen zurücktransportiert wird, aber nie nichts. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir schaffen es also nicht, diese untere Hohlvene komplett abzudrücken. Nun kann man das pauschal mit der 32. Woche natürlich nicht sagen. Hast du Zwillinge zum Beispiel oder hast du viel Fruchtwasser, warum auch immer? Oder ist es bei dir genetisch einfach so, dass du vielleicht eine Hohlvene hast, die ein bisschen weiter vorne liegt? Kann es natürlich auch schon in früheren Schwangerschaftswochen Beeinträchtigungen geben. Und diese Beeinträchtigungen, die wollen wir jetzt einmal besprechen. Und ob das wirklich so drastisch und so wahnsinnig gefährlich ist für dich oder auch für dein Kind. Was ist denn eigentlich das Problem, wenn ich jetzt die untere Hohlvene einfach ein Stück weit komprimiere oder auch verlege? Was passiert denn dann? Wenn unser Herz weniger Blut erhält aus der unteren Körperextremität, dann wird es reflektorisch schneller schlagen. Denn wenn weniger Blutvolumen da ist, möchte das Herz trotzdem dieselbe Leistung aufrechterhalten. Also versucht es eben schneller zu pumpen und wartet nicht mehr, bis die ganze Kammerfüllung erreicht ist. Wir kriegen also Herzrasen. Dieses Herzrasen führt auch reflektorisch durch nervale Bahnen dazu, dass wir uns komisch fühlen. Wir werden kaltschweißig, uns wird ein bisschen schwindelig. Wir fühlen uns einfach ein bisschen komisch. Und dieses Gefühl des Komischseins kennt ja auch vielleicht die eine oder andere Hochschwangere, die abends auf der Couch liegt, auf dem Rücken und ihre Lieblingsserie schaut und auf einmal merkt, boah, irgendwas ist komisch, ich muss mich mal anders hinsetzen. Und dieses Andershinsetzen entlastet schon wieder die untere Hohlvene. Und innerhalb von Sekunden ist der Spuk auch wieder vorbei. Also im wachen Zustand bei sich normal bewegenden Menschen kann in der Rückenlage erstmal nichts passieren. Denn unser Körper ist nicht blöd, der wird reflektorisch versuchen, diese Position zu ändern, damit es wieder aufgehoben wird. Wie ist das Ganze jetzt nachts? Ich schlafe ein, ich habe einen guten Tiefenschlaf noch, weil Kind ist ja noch im Bauch. Und jetzt schlafe ich auf dem Rücken ein. Was passiert denn dann, wenn ich meine untere Hohlvene verlege? Genau dasselbe. Du wirst nachts Herzrasen bekommen, dein Körper wird das vegetative Nervensystem hochfahren und merken, da ist irgendwas. Der Sympathikus, das ist auch ein nervales System, wird aktiviert und du wirst dich reflektorisch auch im Schlaf umwälzen. Das ist doch genauso, als wenn du dein Bein ausgestreckt hast, es ist Winter und das Bein wird kalt. Du denkst ja nicht aktiv darüber nach, oh mein Bein ist kalt, ich muss das jetzt wieder unter die Decke ziehen, sondern wirst das automatisch in der Nacht machen. Und so ist es eben auch mit dem Vena-Cava-Kompressionssyndrom. Heißt also auch, wenn du als hochschwangere Frau nachts auf dem Rücken einschläfst, wirst du es mit hoher Wahrscheinlichkeit am nächsten Morgen nicht merken, wenn dir da nachts irgendetwas widerfahren ist, was dich unwohl hat fühlen lassen. Und jetzt kommt auch noch ein Punkt, Studien haben nämlich gezeigt, 90% der Frauen, der hochschwangeren Frauen, bekommen das auch gar nicht mit, wenn ihre untere Hohlvene ein Stück weit komprimiert wird. Man hat also per MRT gesehen, okay, die Hohlvene wird komprimiert und die Frauen dann befragt, haben sowas gemerkt und die sagen, nö, war nichts. Es gibt also nur 10% der Frauen, die in späten Schwangerschaftswochen dieses Kompressionssyndrom eben auch merken an sich. Es ist also wirklich eine geringe Prozentzahl. Und eine Besonderheit, unser Körper ist sehr schlau, wenn er merkt, die Hauptstraße ist einigermaßen blockiert, da ist Stockler Verkehr, dann fährt er auch eine Umleitung. Er benutzt also vermehrt Umgehungskreisläufe, um trotzdem die Blutzufuhr von unten zum Herzen aufrecht zu erhalten. Selbst wenn du nachts auf dem Rücken einschläfst, deine Vena Cava ein Stück weit komprimiert wird, kann es sein, dass du auch nichts merkst. Also kann man in der Theorie jetzt festhalten, ja, es gibt das Vena Cava Kompressionssyndrom. Nein, das passiert nicht in frühen Schwangerschaftswochen, sondern erst sehr spät, wenige Wochen vor der Geburt. Und nein, es ist in den meisten Fällen harmlos. Warum wird dann dann so ein Hypophytrum gemacht und warum ist dieser Mythos immer noch so präsent? Da geht es vor allen Dingen um die Kaiserschnittentbindung, also die Sektion. Denn dort wird ja Frau auch meist in Rückenlage gelagert und jetzt kommt eine Besonderheit. Es wird eine rückenmarksnah örtliche Betäubung durchgeführt, die den Sympathikus, hatten wir vorhin, eine Art Nervensystem, auch ein Stück weit lahmlegt. Der ist ja dafür zuständig, reflektorisch das Herz schneller schlagen zu lassen, reflektorisch dafür zu sorgen, dass man sich unwohl fühlt, dass man sich versucht zu winden. Klappt natürlich alles in dieser Situation nicht. Und unter diesen Voraussetzungen hat man in Studien auch gesehen, ist die Linkseitenlage, wo eben diese Vena cava entlastet wird, die bessere Option bei einer Sektion. Weshalb Frauen bei einer Sektion ungefähr 30 Grad auf die linke Seite gekippt werden. Was passiert jetzt eigentlich mit dem Kind? Wir sprechen ja immer nur, die Mutter kriegt Kreislaufprobleme, die Mutter kriegt Herzrasen. Aber was ist denn eigentlich jetzt mit dem Baby im Bauch? Kriegt das auch Herzrasen oder wie kann man sich das Ganze vorstellen? Und jeder, der in einem Kreißsaal arbeitet oder auch in der gynäkologischen Praxis, hat das mit Sicherheit auch schon ein paar Mal erlebt, dass eine Frau in Rückenlage lag, CTG geschrieben, also Herztöne wurden abgeleitet über die Bauchdecke. Und auf einmal hat man gesehen, dass die Herztöne des Kindes einmal eingesunken sind. Und das Erste, was man dann macht, ist die Frau aus der Rückenlage auf diese Linkseitenlage zu drehen, um dann auch wieder den Blutfluss herzustellen. Meistens wird den Frauen dann oder sie berichten es auch schwummerig und hätten das jetzt in der Situation selber gemacht. Das ist also wirklich eine superschnelle Methode, die innerhalb von Sekunden wieder Mama und Kind regenerieren lässt, was die Hämodynamik im Kreislaufsystem angeht. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen, als wenn ihr taucht, als ob ihr eine Minute die Luft anhaltet. Und so muss das für die Babys im Bauch eben auch sein, denn ihnen wird auf einmal der Sauerstoff durch das Blut über die Nabelschnur ein Stück weit weggenommen. Also sinken sie meistens auch mit diesen Herztönen, um dann danach reflektorisch, so wie es bei den Muttis eben auch ist, einen schnelleren Herzschlag zu bekommen und das Ganze wieder zu kompensieren. Um jetzt das Vena-Cava-Kompressionssyndrom einmal zusammenzufassen. Es gibt es, natürlich gibt es, nicht nur in der Theorie, sondern eben auch in der täglichen Praxis. Es ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit und sehr, sehr, sehr häufig überhaupt nicht gefährlich. Und jetzt wisst ihr aber auch, dass ihr in der 15. Woche zum Beispiel noch locker auf dem Rücken schlafen könnt. Und ihr wisst auch, wenn ihr abends im Bett liegt und euer Buch lest und euch wird ein bisschen komisch und schwummerig, was es damit eben auf sich hat. Und ihr werdet automatisch merken, jetzt versuche ich mich doch mal anders hinzusetzen, aufzurichten, wie es so ist, wenn uns etwas stört. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen angstfreier und sorgenfreier ins Bett gehen und auf dem Rücken liegen. Und habt nicht in frühen Schwangerschaftswochen schon Angst, dass ihr irgendwas da falsch machen könntet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen durch einen Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Erfahrungen gemacht habt mit dem Vena-Cava-Kompressionssyndrom. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss. Wie geht es mir hier auf? Wie geht es mir, wie geht es mir hier hin? Perfоту, wie geht es mir hier hin? Perf Eigen cousin, wie geht es mir nicht vor.